Hinten oder was? Wo kann ich einfach Schimpansen so aussetzen? Geht das auch? Tiere Möchendratzellen 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 Schnell? So Beim Möchendratzellen 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 Im Tiergehege So Wurde repariert Wurde Der 3 4 5 und nochmal 5 1 2 3 4 5 und hier tun wir oft so u u u wie heißt man den steward schimpansee und wie heißt du nein das ist jetzt ab sofort die offenton die offenton die sucht nach dumm scheiß doch mal für die offenton die ob ich das eigentlich durchhalten würde die ganze ganze zeug zuzusprechen ne also die ganze zeit schaffst du es ähm besucher dings nicht nicht noch jens aber weg ist denn das hier eigentlich für ein weg das das tatsächlich ja noch ein stück wir können irgend so was mit das könnte ich mir da fast nicht vorstellen da lang hoch ganz hoch oh also hm so 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 auch nicht dann dann hoch ah jetzt und zack zack und dann tun wir das ding öffnen offen so dann kann man mal gucken aber schon geschafft wir sammeln mit bahneinnahmen 400 mindestverkehrswert 60.000 erst mal gucken was eigentlich der aktuelle mindestverkehrswert ist mindestverkehrswert 56.000 und bahn ein ähm äh das kann ja sein dass das so schnell geht ei ach zu lustige bahn ist das was ich habe irgendwie wenn man drunter sitzt fällt ihnen das vorne was ich wollte eigentlich bloß eine stunde aufnehmen dachte ja gut da schaffst du das bestimmt nach ungefähr nach ungefähr 20 minuten wird das erste level nach weiteren 20 das zweite und nach weiteren 20 das dritte ich nehme seit 10 minuten auf und davon habe ich am anfang drei minuten verquatscht gut aber wie ich sehe ist das ganz schön teuer das mindestverkehrswert 95.000 jetzt frage ich erst mal 20 schlösser ohrang utans jetzt stellt sich schon wieder die große bar heraus und plötzlich die könnte man doch hier hin geht das wenn ich jetzt den berg abtragen würde kann man doch irgendwie machen ja ah ne ich möchte das auf die gleiche Ebene bringen wie das hier geht das irgendwie pera anpassen oder irgendwie das blatt ja ja schritt man sich ohr oh ich spiel zu groß ich möchte das auf das nein das möchte ich nicht hä wie geht denn das ich möchte den berg hier weg machen geht das im sinne irgendwie der anstreiche mich ja nicht ich bin noch eine kemaler gott versäme ich doch immer ach un hat beim er hat eine schlösser kann ein ne Das funktioniert nicht! Soviel ist es schonmal klar. Es sieht nicht. Aber dann tun wir halt irgendwie... Man könnte doch so eine Bahn dort drüber bauen. Gibt es eine Einschienenbahn oder irgendetwas? Ein... Bahnen, das ist das Bahnen. Da! Einschienenzug! Sollte doch bestimmt gut dazu passen. Das wird am Schaufelrad. Die Straßenbahn ist unmist, oder? Ich möchte da keine Wasserfläche ändern. Was ist das von mir? Moment mal. Wenn ich hier hinten durchbaue, könnte ich hier rüber und könnte dort... Oh, das könnte... Ich könnte auch Quere rüber, aber... Das ist so blöd. Was ist das denn? Die nehmen wir ab und zu. Ein neues Computer kommt bald auf den Markt. Im Moment. Ich bin in unserem Park gekommen. Wenn wir 20 Affenballons verkaufen können, würde sich das ja ausgucken. 20 Affenballons! Natürlich schaffe ich das. Aber da brauchen wir erstmal einen Looten. 20 Affenballons. Wo gibt's denn Affenballons? Ballons! Oh, jetzt hat's noch zurück. Gleich am Eingang. Öffnen. Und jetzt... Ballon! Wie? Wie hab ich denn Fallenstand gewählt, oder was? Ballonmützen, Safari, Schatztieger, Souvenirs... Also... Boah, ich... Nee, möchte ich nicht. Ich möchte jetzt bloß loswerden. Ballon! Sind das jetzt Affenballons, oder sind das Ballons? Also ganz normale Ballons, oder Ballonballons? Dino-Maske, Ballons, Krusel, Krusel, Hexe, Indiano Propeller, Safari, Safari... Safari-Spiel-Sachen-Spielbetten. Bärenuhren, Elefantenuhren, Giraffen-Tieger... Nee, also... Kann doch gar nicht wahr sein. Ah, da krieg ich so viel Geld. Äh... Propeller-Mützen, Safari-Route... Scherz-Shi-Shert, Chin-Chan... Chin-Chan-Chan... Schreiben-Schurz, UFO-Ballons. Ich hab dann immer solche komischen Ballons. Wie soll ich denn was verkaufen, was ich denn hab? Frechheit. Aber bevor es irgendwelche Brachen gibt, ich platz' jetzt einfach mal nach so einem Sandwich-Haus hin und auf so eine Getränkeblüte-Raketen-Kantine. Warte ich. Bevor es wieder Mecker gibt. Ja, sie haben überhaupt nichts zu trinken. Ähm... 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 Also ich glaub mit dieser Bahn noch rüber zuhört, ist auch nichts. Außer ich starte hier. Ich wollte eigentlich hier vorne los. Also hier kommen wir ja... Der Berg hier, das kotzt sie nicht. Ja... Gleich geht's weiter auf Philips. myths. Deine...